Herzlich Willkommen bei WW-Baustellen. Ich bin der Stefan und ich habe eine gute Nachricht. Die Bauarbeiten wurden in Langenhahn jetzt so schnell beendet und zurzeit ist sogar die Durchfahrt durch Langenhahn möglich. Das heißt die ganze Strecke B255 ist zurzeit befahrbar. Es wurden sogar schon die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Das ist doch mal eine positive Meldung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.